Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum fünften Kampf. Wir rufen in die Blaue Ecke. Er ist angereist aus Köln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, Hurra Zakir! Ringrichter Erich Stümpfel hat den Ring betreten, damit kann es hier in Fürstenweide losgehen mit Kampf Nummer 5. Ein Kampf im Halbwäldergewicht, auf sechs Hoden angesetzt. Ringrichter Erich Stümpfel Und wir rufen seinen Gegner. Willkommen aus Dänemark. Willkommen aus Osama Hadithi. Auf die Kreise. Und die Vier. Und die Vier. Und die Vier. In den 3rd. Ausama Hadithi von den 5. In den 3rd. in den 3rd. Und die Vier. Osama Hadithi vom Poweralf Boxing Gokstall. Die Vier haben eine Länge über 6 x 3 min. trainer bei hadifi hartmut klappert der vater von nick klappert der heute hier den hauptkampf bestreiten wird klappert ist ein ausgezeichneter und erfahrener trainer vor allem sehr vielseitig der sich auf die individuellen einheiten der sportler einstellen kann nicht nur seine schuhe fährt die kommt hier mit acht kämpfen 18 sag hier vier kämpfe davon kein gewonnen das wird ihr wahrscheinlich nun sehr sehr einseitiges match vorsichtig ausgedrückt ja 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 und da trifft zack hier sogar mal die in der schwarzen hose mit goldenen streifen der 18 jährige mann aus köln in der blauen hose kam bis auf sechs runden angesetzt wahrscheinlich wird hadithi die volle des tanks nicht brauchen hadithi im power of boxing boxstall die nummer zwei hinter sabir geriev der kampf ist im halbwäldergewicht angesetzt und wie unschwer an die visose zur erkenntnis da trankt das logo des wettverbands ibo gibt es ja auch in richtung weltrangliste ibo die ibo sanktioniert den heutigen kampfabend und den klappert wird um den internationalen titel boxen die titel der ibo und hier gab es ja schon ordentlichen treffer gute rechte von hadithi die hier dorak zack hier ordentlich durchgeschüttelt hat der versucht hier mit wenig gegenwehr und guter deckung voranzukommen der kämpfer der blauen ecke ein kampfgewicht von 9 und 6 ich komme auch hier und halbwäldergewicht ich habe hier nach dem mal gilt er box beim unter kickboxen 25 gewonnen er ist 80 jahre das war ja nicht der korrekte kampf rekord der korrekte kampf rekord sind vier kämpfe davon kein gewonnen alle verloren junger mann hier mit etwas kickbox erfahrung wie wir fahren konnten und zweite runde osama hadifi in der schwarzen hose mit goldenen streifen gegen guazakia in der blauen hose und dann doch gegen hoffnungsvolles talent talent in dem fall osama hadifi aus dänemark oh zack hier ohne mittel gegen hadithi stolpert aber symptomatisch für den gesamten kampfverlauf hadithi hier mit seinen acht kämpfen acht siegen zu erfahren ja 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 und die letzten 30 sekunden der zweiten runde laufen sehr einseitiger kampf osama hadithi in der schwarzen hose macht hier den fight wird sich hier runde um runde ja wachsaki mit ein bisschen unorthodoxen mitteln kann ja nicht gefährlich werden nicht gefährlich werden wir brauchen gerade leben derzeit im d-mark 66,5 kilo wird heute betreut vom team klapper der boxen sonst im box kopenhagen acht kämpfen davon acht durch kauer erst 28 Jahre angeweist aus kopenhagen herzbekommen der rundecke Osama Hadithi Applaus 3. Runde im Halbwettergewicht, angesetzt auf 6 Runden, Osama Hadifi gegen Kuwak Zakir, Kuwak Zakir, 18 Jahre, 4 Kämpfer, 4 Niederlanden, Osama Hadifi, großes Talent, hauptsächlich im Gleichgewicht in Erscheinung getreten. Applaus Jetzt sucht Hatifi hier die vorzeitige Entscheidung. Applaus 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 Nick Klappert und Guri Kniesewitsch, die beiden Hauptkämpfer sind noch nicht in der Halle. Die bereiten sich jeweils im Hotel bzw. Nick Klappert bei sich zu Hause vor. Nick Klappert wurde hier in der Nähe von Fürstenwalle in Bad Saarow geboren, hat hier aber seine Schulzeit und seine gesamte sportliche Laufbahn in Fürstenwalle verbracht. Entsprechend viele Fans kommen auch für seinen Kampf unter dem Motto Willkommen zu Hause. Der letzte Kämpfer hat ja hauptsächlich im Ausland bestritten und hier im Ring ein unverändertes Bild. Agifi punktet mit leichten Händen gegen den chancenlosen Borak Saki aus Köln. Gämpfer hat ja hauptsächlich im Ausland bestritten und hier im Herkaits Letzte Sekunden in der dritten Runde. Wir sehen wie ihr Vater Hartmut klappert, als Trainer bei Rosamah Hadifi und Kuwak Zakir. Hier chancenlos ging so ein erstklassiger Mann. Kann man nicht vorstellen, dass er da auch Lehren ziehen kann. Ja, so viele Runden und Prübel bezieht, wo da keine positiven Aspekte erkennen können. Wahrscheinlich noch zu früh für den erst 18-Jährigen. Hadifi immerhin schon 28, ein gutes Alter im Leichtgewicht. Noch mal Beanstandung vom Ringrichter Erik Stümpel. Ups, ja, 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 sorry, ich wusste nicht, dass ich schaute. Klappert gibt es ein OK, aber warum es eigentlich geht, das war nicht zu erkennen. Da wird der Handschuh nochmal abgewickelt. Bei Herr Diefi werden beide Handschuhe geöffnet. Die Ecke von Kuwak Zakir gibt den Kampf auf. Da werden es nur drei Runden statt sechs. Und der neunte Sieg für Rosamah Hadifi. Zunächst einmal bedanken wir uns bei beiden Boxern und an dieser Stelle das Umteil. Sieg durch Aufgabe der vierten Runde nach 0,2 Sekunden aus Dänemark, Rosamah Hadifi. Gute Entscheidung für Burak Zakir, der hätte hier in den nächsten Runden nichts mehr reißen können. Hätte auch keine besonderen Lehren mitgenommen, hätte sie vielleicht noch verletzt. So fährt er mit einem Brummschädel ohne schwere Verletzung zurück nach Köln. Für Rosamah Hadifi war es natürlich nur ein leichtes Warmmachen. War kein Gegner, der heute groß was von ihm gefordert hat. Wie sein Promoter Ariopokowicz gegenüber Boxen heute bestätigte, werden größere Aufgaben der nächsten Wochen, Monaten folgen. Und bei uns geht es weiter mit Omar Ijata aus Gambia, der gegen Anzei Ackermann aus Polen in den Ring steigen wird. Der sechste Kampf im Supermittelgewicht. Und bei uns geht es weiter mit Omar Ijata aus Gambia, der gegen Anzei Ackermann aus Polen in den Ring steigen wird.